Sie hat nur drei Minuten Zeit Um das alles zu erklären Doch wer würde sie verstehen? Wer würde sich wirklich darum scheren? Sie fragt sich jeden Tag Warum sind die Menschen so scheiße kalt? Sie würde so gern zwischen ihnen verschwinden Wie ein Blatt im Wald Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Und keiner kommt hier rein Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Und keiner reißt sie ein Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Doch sie kann nichts dafür Sie kann nichts dafür Sie hat nur drei Minuten Zeit Um zu finden, was sie sucht Doch sie weiß nicht, wer sie ist Nein, 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 nein Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Und keiner kommt hier rein Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Und keiner reißt sie ein Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Doch sie kann nichts dafür Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Sie kann nichts dafür Sie kann nichts dafür Sie kann nichts dafür Sie kann nichts, sie kann nichts, sie kann nichts dafür Sie sagt nur, es ist viel zu viel für sie Sie will gar nichts mehr fühlen Sie will gar nichts mehr spüren Sie sagt nur, es ist viel zu viel für sie Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Ich habe Mauern im Kopf Und keiner kommt hier rein Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Und keiner reißt sie ein Sie sagt, ich habe Mauern im Kopf Und ich kann nichts dagegen tun tun, ich kann nichts dagegen tun, ich kann nichts dagegen tun, ich kann nichts dagegen tun, sie hat Mauern im Kopf, Mauern im Kopf und ich kann nichts dagegen tun. Untertitelung des ZDF, 2020